Der Karneswall ist ein kleiner bewaldeter Sandhügel am südöstlichen Stadtrand von Berlin im Ortsteil Müggelheim, inmitten der Gosener Wiesen nördlich der Brandenburger Gemeinde Goseneu-Zietau. Er ist der südlichste Ausläufer des Banim und hat sich während der letzten Eiszeit im Berliner Urstromtal gebildet. Ab ca. 1750 lebte als Erbpächter auf dem Karneswall eine Familie Blume in mehreren Generationen. Den angeblichen Namensgeber Karnes gab es wohl nicht. Der Fischer vom Karneswall von Fontane ist wahrscheinlich ein Christian Rubin. Überregional bekannt ist der Ort durch die Wetterstation Berlin-Karneswall des Deutschen Wetterdienstes, an der am 7. August 2015 mit 38,9 Grad Celsius der bisherige Temperatur höchstwert für Berlin gemessen wurde, sowie durch das Freiland-Labor Karneswall, ein außerschulischer, grüner Lernort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Untertitelung des ZDF für funk, 2017